Wer macht sie nicht? Welches Level bist du gerade? Und dann habe ich hier sogar einen Zweitschall schon beinahe wieder eingeholt. Aber gut, die spielen auch seit ein paar Tagen nicht mehr wirklich. Warum das denn nicht? Und dann wohnst du dich, warum du nicht weiterkommst. Ja, aber das ist immer die Sache. Da wunderst du dich, dass du nicht weiterkommst. Das ist die Sache, wie er dabei. Ja, und reise durch die Galaxie, beziehungsweise die Sternensysteme erkunden hast du vier Tage auch nicht gemacht. Das heißt, du hast dir ein paar Millionen Fall verschoben. 300 nur bei Wemme Neu. Also, wenn du 400.000 sagst, dann okay. Aber 300 Krells, das wäre echt wenig. Wie gesagt, richtig ausdrücken. Aber ich brauche dafür kein Glück mehr. Ich habe jetzt bei meinen zwei Charakteren, kriege ich jeden Tag 600.000 raus. Und schaffe bis auf ein System alle. Im Beta-Quadranten. Wie kann man sich Claude Hilde nennen? Ach, und Black, du musst noch mal einen neuen Char sehen. Ich habe mir einen neuen Charakter erstellt. Der heißt... Nee, der ist weiß. Der ist ganz weiß. Wirklich weiß als weiß. Und er ist kleinwützig. Ja, ja, ich werde ihn sowieso noch mal löschen. Dann noch mal neu machen. Dann noch mal verbessern. So ein bisschen noch kleiner machen, wie es geht. Wie macht den so winzig das? Das war eine Fix-Tente brauche, um mich aufzuheben. Wenn es geht. Sieht schon geil aus, der Charakter. Sieht echt geil aus. Und beim Stream sollte man jetzt nicht denken, ich habe was gegen Kleinwüchs. Respekt für die, muss ich ehrlich sagen. Es kommt immer darauf an, wie man es sieht. Das muss man auch dazu sagen. Weil, ich muss ehrlich sagen, Größe ist nicht alles. Ich glaube, ich habe vor kurzem gelesen, dass der, äh, dass der, äh, der, äh, oh Gott, der den Ewok gespielt hat. Wie hieß er nochmal? Von Star Wars. Der ist gestorben, soweit ich gelesen habe. Ja, ich glaube, da stand mal im Artikel, dass er gestorben ist. Das ist noch nicht so lange her, sobald ich mich erinnern kann. Ich weiß nicht mehr, wann genau. Ja, ich glaube, ich habe das gelesen. Ich bin, ich bin jetzt nicht ganz sicher, müsste man selber noch mal nachgucken. Aber ich glaube, da habe ich was gelesen drüber. Und was? Okay, ich bin, was, ich bin gewiss, wenn man nicht darauf anklungen, würde ich sagen, was nicht gewiss. Wollt sagen wir mal nach, als ich mich nicht wünsche, dass ich einen Zeitpunkt für diese Zeit versuche. Und es wird k bulkieren und vor Ort von uns. Das ist jetzt nicht klein. Geh, du bist. Oh. Oh, mein ich bin. Oh, oder? Oh, ich bin! Ich bin. Nach wie vielen Monaten? Ja, im Winter will sein Geld auch nicht mehr zurückhaben, ne? Ich schulde ihm auch 1,4 Millionen. Hattest du die ganze Zeit da, dann hat er irgendwie keinen Bock mehr zu warten. Ah, ich hab mir was von gekauft. Jetzt spare ich's wieder zusammen. Bzw. ich hab's schon wieder so gut wie zusammen. Ich geb auch immer Geld zurück, warum soll ich es bald noch zu? Man kann schnell sich das Geld wiederholen. Ist nicht schwer. Zum Sektorraum zurückkehren. Du weißt schon, dass Winter die ganze Zeit Halo Boss 2 spielt? Ja, Halo. Er hat schon gesagt, er kommt nur an, um das Event zu machen. Jeden Tag. So. Da hole ich mir jetzt einen Nausikana Disruptor-Strahlenbank oder eine Disruptor-Industrie- Disruptor-Induktionsspule, meine Fresse! Ab Level 10 bis Level 60 Nochmal, ich habe gerade dir gesagt, von wann bis wann und du hast mir nicht zugehört. Von 10 bis Level 60. Von 10 bis Level 60. Verstehst du jetzt, was ich meine? Du willst den Mk-Wert wissen, aber ich habe dir eben gerade gesagt, von 10 bis Level 60. Was ist denn da eigentlich zu verstehen? Also wirklich. Also nochmal, von 10 bis Level 60. Was heißt das wohl? Ja. Warum fragst du mich dann weiter? Lass mich raten, du hast es immer nicht verstanden, richtig? Ne, glaube ich nicht. Was habe ich denn damit gemeint? Was habe ich denn damit gemeint? Erzähl. Man kriegt es von 10 bis Level 60. Du hast mich gerade von welchem Level bis wann, habe ich dir die Antwort gegeben? Du weißt schon, dass ich mehr verstehe wie du. Nochmal, von 10 bis Level 60. Wieso verstehst du es nicht? Es kommt auf deinem Level an, welches im K-Wert. Das hat verdammte Chance. Red ich chinesisch, oder was? Ich sage von 10 bis Level 60. Sage nochmal von 10 bis Level 60. Sag es nochmal von 10 bis Level 60. Ich glaube, ich muss echt noch japanisch lernen, damit das mich versteht. Alt-Klingonisch. Ja, kann man lernen, aber okay. Ist auch erfunden. Trotzdem kann man sie lernen. Das ist genauso wie antiker Sprache zu lernen. Von Stargate, kann man auch lernen. Aber es gibt nicht das ganze... Ich könnte hier sofort das ganze Alphabet hinschreiben. Von antikisch. Würde dir nichts bringen, du wirst du im Bahnhof verstehen. Egal. Juhu, ich darf dir Lucari helfen, wo ich gleich eine Krise kriege. Ich hab die Mission nicht gehasst. ... Musik ... ... Musik ... Achja, und Echo ist der vergangenen Echo, bla bla bla, gibt ja aus den 400 Marken nur so nebenbei. ... Musik ... 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 ... wenn die selber auf einem anderen Charakter sammelst, dann bringt es nichts! ... Musik ... Ah, ja, 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 ja. 1,8 Millionen Minimum Denkst du, das ist noch da? Das ist schon längst verkauft?